Hallo und herzlich willkommen hier zu Have a nice day Na? Wir haben die ersten zwei Etagen erfolgreich abgeschlossen in der letzten Folge vorgestern Und jetzt Sind wir wieder im Pausenraum Guten Tag. Ein neuer Gegenstand. Mürdekeil gedöhnt und so. Okay. So, was haben die jetzt versucht zu sagen? Äh, nur. Okay, er hat nichts zu sagen. Jerry, Betrüger, du hast gerade deinen Kaffee in den Müll geschüttet. Ich habe dich gesehen. Ah, die schummeln alle. Hey, Jerry, ich sagte, ich habe dich gesehen. Okay, gut. Er hört nicht mal zu. Was mache ich hier vorwärts? Harriet, behil dich in der Toilette. Ich pflege dich an. Muss der Kessel auf Klo? Ich rieger. Ernsthaft? Gluck, gluck. Er verschüttet seinen Kaffee, sein Gluck, gluck, gluck. Dem Anfang, aber keiner gluck weist ihn darauf hin. Gluck, 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 gluck. Ich werde dir einen vierten Ertintra-Pika reinschieben, was auch immer das sein soll. Was sagst du dazu, Mr. Dada? Gluck, gluck. Er hat, guck mal, er hat, machst du? Und er so, äh, 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 äh. Tala, 15 Leben. Das mache ich nicht. Hätten wir drei, dann würde ich gambleen. Ich weiß gar nicht, waren wir schon in der Suchtabteilung? Krankenhaus waren wir in der Suchtabteilung, war es nicht. Das ist bestimmt ein Bomben, ne? easy mehr mal mehr bienen er guckt an muss ich jetzt runter aber wie schön die explodieren oh shit der arzt der arzt hat mich gerade ein bisschen überrascht wie viele wege sind hier hallo ich glaube da nach unten müssen wir ich gehe mal die anderen wege erst was hast aber wie schön das aussieht na guck mal ein Geldsack jetzt haben wir alles durchsucht ne was ist es im hintergrund tumore könnten tumore sein ja neuer flug natürlich ne da riskier ich gar nichts bei denen na schuuu easy gemacht wa schnaute da oben explodiert schon irgendwas aber gold kriegen wir eine menge nicht so viel riskieren so 10 prozent chance auf hinterhalt flammen maximal man auch das heißt je mehr wir uns heilen aber ich nehme die flammen mal gucken was passiert wenn ich einen töte ja Vitamine ist gut haben wir schon Vitamine zu sich nehmen Möhren viele Möhrchen Möhrchen in den Möhrchen Möhrchen oh shit der macht ja irgendeinen Giftgeduld ach das bin ich das sind meine Flammen oh shit ich habe schon Angst ich habe gedacht die Flammen sind wenigstens beim Gegner und nicht unter mir die Flammen haben wir natürlich ein bisschen Angst ich dachte die kommen von dem Tybidau heilum Alter wieviel Geld wir kriegen oben 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 Meter oben 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 open Verbesserung für 125. Hüff. Ah, guck mal, wie easy das ist mit den Bienen. Mit den Bienen geht's richtig gut. Zehn Leben mehr. Ding, ding. Noch mehr Vitamine. 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 Da lacht er sich einen ab. Oh. Oh, shit. Ey, jetzt ist aber gut. Hallo. Was ist das? Hallo, Mann. Ach nee, ich wird getroffen. Hallo. Oh. Ich friss mal eine Bienen. Äh, Bienen. Nicht Minen. Alter, das war ein bisschen kacke. Das war leider ein bisschen kacke. Ich bräuchte wieder irgendwie so Vampirgedöns. Oder so ein Geheimdingsen, damit ich mich heilen darf. Herzbrecher. Muss man erst eine gewisse Anzahl von den töten? Überall wie? Überall wie? Hier geht's weiter. Höh. Höh. Wundertmal noch mehr. Bedeutet Dauerfeuer. Höh. Höh. Guck mal hier oben. Höh. Also so ein I ist auch so ein Riesenherz. So ein Riesenherz, ne? Treff ich also, oder? Einfach rumpfeffern. Irgendwas trifft man schon. Wo sind die Geheimnisse? Manche. Da oben rechts ist auch noch was. Okay, oben rechts halten. Tja, tja. Wir müssen uns oben rechts halten. Egal. Komm, ein noch hoch. Höh. Aha. Was ist hier? Nix. Gut. Haben wir das auch erledigt. Habe ja kein Leben dadurch verloren. Aber so wirklich was dazu gekriegt haben wir auch nicht. Ich benutze auch nie meine Ulti, ne? Nur bei Bossen. Bing, bing. Dork, 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 king. Gedöns, gedöns. Ich glaube, ich heile mich jetzt, oder? Mit diesem Eimer. Wir müssen uns rein, theoretisch. Wir haben jetzt 250. Uns heilen, wenn wir da reingehen. Oder erst wenn wir ihn töten. Ding, dork. Ah, Mann. Aua, das war auch noch teuer. Scheiße, das ist eine Kacke. Höh. Hallo. Das war auch teuer. Jetzt habe ich mich zweimal geheilt und habe trotzdem das gleiche Leben wie vorher. Scheiße, verdammt. Die Möcke. Oh, Mann. Was jetzt? Add auf Bienen. Oh, Mann. Oh, leck mich. Ach, Mann. Das war doch so eine gute Runde. Okay, scheiße auf Bienen. Ne, die Bienen waren schon gut. Nur ich bin schlecht. Was ist das? Zogen wir eine runter. Nehmen wir ein Level. Da fällt mir nur eins zu eins. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Lassen ein Abo daher. Okay. Bye, Silikum. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Bei uns wieder herrscht ein kleiner Notwendigkeit, sich zu verstecken Zählen werden, die verloren gegangen sind In diesem Match schon geladen, im rohgelen Spiel sind wir vereint Die Unterwelt ist im Aufruhr, es liegt an mir zu reparieren Durch Level navigieren, fallen wird nur sieben Minuten verlieren Fähigkeiten verbessern, stärker werden bei jedem Mal Herausforderungen meistern, sie wird mein Signal Der Einsatz ist hoch, der Druck ist da, doch ich werde nicht wanken, ich gehe voran Mit Entschlossenheit und Geschick in der Hand werden alle Hindernisse überwunden im dunklen Land Also begleite mich in have a nice step, lass uns auf diese Quest gehen Um Ordnung wieder herzustellen und unsere Fähigkeiten zu testen stehen Bis die gefallene meiste Herausforderungen mit Macht Und denke daran, wo finden wir neues Licht Und denke daran, wo finden wir neues Licht Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020